Ahoi und willkommen an Bord hier bei Games ohne Gerstensaft mit Monkey Island 2 Le Chucks Revenge in der Special Edition für die Xbox 360. Wir sind im siebten Teil und wir sind immer noch auf Booty Island. Daran hat sich nichts geändert. Wir haben noch einen Berg an Rätseln vor uns, die wir lösen müssen. Und ich würde sagen, da verdienen wir gar keine weiteren Worte, sondern springen erstmal direkt ins Spiel rein. Und wir sind hier wieder im wunderhübschen Pause-Menü. Ich mache mir erstmal nochmal meinen Ton rein. Und dann setzen wir das Spiel einfach mal fort. Genau. Ja. Booty Island, wie gesagt. Es ist gerade Mardi Gras. Wir haben das letzte Mal, wenn mich nicht alles täuscht, eine Einladung bekommen auf Dings, auf Fett Island. Strohhalm. Ja. Und es gibt noch einige Rätsel zu lösen. Zum Beispiel den Spuckwettbewerb. Da haben wir hier diese lustigen Drinks. Mir fällt gerade was auf. Ich habe die ganze Zeit, ich habe gerade eine Erleuchtung. Die ganze Zeit in den letzten Teilen, habe ich hier gesagt, grün, blau, rot, blau, grün, blablablau. Aber das ist doch gelb. Warte. Ich probiere mal was. Oh, okay. Jetzt ist es nämlich grün. Selbst ein Kind kann das tun. In fact, sie tun das sehr gut. Sind Sie Piraten oder nicht? Okay, wir versuchen uns an mal. Weil ich möchte jetzt diese Spuck. Spuck. Ich möchte jetzt Spuckweltmeister werden. Ah, die ganze Welt liebt einen Spitting-Kontest. Juicis Maximus ist wieder da. Jawohl. Spitt away! Und zwar? Let her rip! Hey, hey, he's been working out. Looks like third place. I think that deserves a little applause. Now, how about the rest of you? Come on, don't be shy. Let it fly. Ach, ich musste ja... Was war das? Did I hear somebody swallow? Ich wollte erst mal den... Boy, this stuff makes my spit thick. Come on, it's all paid for by Booty Island, Parks and Rec. Step up to the line and test your swill. Keine Lust, da hinzugehen und dann gehe ich wieder zurück. Come on, it's all paid for by Booty Island, Parks and Rec. So, versuchen wir mal. Jetzt habe ich das getrunken. Juicis Maximus has returned. Aber irgendwas war doch auch noch... Spitt away! Das war doch der Kollege, der kam als das Posthorn... Also als die Postkanone benutzt wurde. Woohoo, you can do it! Once again, looks like third place. Now, how about the rest of you? Just look at this juicy crowd. Ah, the whole world loves a spitting contest. Okay, now, who's gonna be next? Hat der hier auch schießt jetzt? Even a child can do it! Ja! Immer einfach die Flaggen vielleicht. False alarm. Cheat? With everyone watching? As I was saying, step up to the line and test your swill. Jetzt nehmen wir mal einen Schluck. Und wenn der nicht guckt... Jetzt, jetzt, jetzt. Two, four, six, eight! Nicht so schnell. Das grüne Zeug nehmen. Okay, das ist schon mal gut. Oh, me, me. Ah, jetzt hab ich wieder vergessen. Das grüne Zeug nehmen. Ich glaube, das war... Ich glaube, man muss... You can do it. You can do it, man! Das grüne Zeug nehmen. Das grüne Zeug nehmen. Das grüne Zeug nehmen. Das grüne Zeug nehmen. Ich höre, da sind einige Scouts hier. Das grüne Zeug nehmen. Das grüne Zeug nehmen. Das grüne Zeug nehmen. Oh, Moment. Das heißt, wir können das... Wir können jetzt hier unser Komplimentary Kostüm... Ah, you have a costume on reserve. Well, that's a different story. Let's see. Your costume is right over here. Interessant. Over here. Oh, das ist ein Interesse. Natürlich! Das ist ein Interesse Kostüm. Okay. Kostüm-Einladung. Super. Hier gab es erstmal noch nichts. Wobei ich irgendwie glaube, dass man den Spiegel irgendwie noch besorgen muss. Aber das ist egal. Das machen wir nachher. Wir gehen jetzt nämlich erstmal zur Party und gucken, was da so abgeht. Ähm, da muss ja auch irgendwas passieren. Is there something I can help you with? Ja, ich möchte, ähm... You mentioned a party before? Did you bring a costume? Na klar. I have my costume right here. Better put it on. Well, if you insist. But you'll have to try to restrain yourself. No, no, not here. Go in the bushes or something. Jeez. Oh, that is nice. And the boots are a nice touch. Okay, I guess you can go through. Alles klar. Have fun. Danke. Ja, gehen wir mal weiter, ne? Also die Infrastruktur ist jetzt nicht so pralle. So, wenn ich den Brücker aus mir bin, dann bin ich auf. Ah, ja. Leave me alone. I'm busy. Better not. He's got a rake. Oh, what a cute little thing. Now, why would I want to pick on such a cute little puppy? You'd better not touch that dog. Okay, ja, dann, äh, dann, äh, haben wir mal Seite des Hauses. Ah, nein, nein, nein. Ah, die Steuerung schon wieder. It says, dear Booty Island Waste Disposal Service, shh, please don't bang garbage cans. Governor sleeping upstairs. Hey, what is all the racket? Don't mess with the governor's cans. Who do you think you are? Ah, you'd better just get out of here. Hey, come back here. I'm not done yet. Ah, finally. Oh. Da haben wir uns so verpasst. Ah, Fisch! Das erinnert mich an den Fisch-Wettbewerb. Konzeptkunst? Was für ein Quatsch. Das müsste man sich wahrscheinlich mal angucken irgendwann. Vielleicht machen wir das am Ende mal, dass wir uns... dass wir uns mal die ganze Konzeptkunst anschauen, die wir freigeschaltet haben. Ja, hier ist ja gar nichts. Ich glaube, ich brauche mehr. Okay. Oh, da bist du. Anyway, like I was saying, no good punk, if it's not Raccoons, it's Teenage Vandals. Teenage Vandals. Ja, ist ja. Alles gut. Hallo. So. Dann gehen wir mal auf die Party. Uh, hier steppt ja der Bär. Schicke Kostüme. Kannibalenkostüme. Schicke Kostüme. Schicke Kostüme. zu der Salmon-Partei! Ähm... So, wo sind all die Mädchen? Oh, Jesus! Einige Party, oder? Ja, hier kommen wir ganz alleine durch. Kann ich sehen beide von deinen IDs, bitte? Das ist wahr. Hi, mein Name ist Guybrush. Hm, was tun wir über das tun? Wir haben nur gefragt. Ich weiß nicht, du von irgendwoher? Ich frage, was du nächst? Ähm... Ich fühle mich, oder? Ablegras! Oh, das ist schwer, oder? Ja, ich will das mal. Vielleicht später. To Mardi Gras! Where'd you get that drink? Ähm... Oh, was das nicht? We got it. Nein, nein! Oh, was das mal? What's the matter, boy? Smell something? Oh, nice doggie! What's the matter there, Guybrush? Um... Why did you know my name? I was talking to the dog. Who are you? Hahaha! She named her dog Guybrush? Yeah, I don't get it either. It's not much of a name, if you ask me. It says it's cause he's dumb and helpless and keeps getting in the way. Sure can sniff out the governor's possessions. Maybe you should empty your pockets. May rain catch me, old man. Oh, look out for that rake. Governor, I caught one of your party guests making off with your grandfather's map. Another would be treasure hunter, eh? Bring him in. In here, Guybrush. Guybrush? Guybrush Threepwood? Oh, and Paddel. The one and only Sugar Bear. Of all the parties and all the houses on all the islands of the Caribbean, he had to crash mine. It's destiny, Honeycakes. Don't talk to me. Snugglepuss. Get lost. Punkydoodle. I'm warning you. Pooper dooper. Maybe I should go rake the back 40. Look at us. Together again. Boy. We haven't been like this since, well... Since I quit my job and moved away without leaving a forwarding address? Was that what happened? Gee, I thought... Guybrush, can't you take a hint? We were a mistake. I thought we had an agreement. You're the governor of my heart, baby. Same old Guybrush. So, who's the father? So much for a pleasant attitude. Are you cute? My emails are all the same. You, the gardener. So, tell me. You're the gardener? Huh? I see you're charming as ever. I heard the fingerknöchelknacken. I heard the fingerknöchelknacken. I stopped doing that knuckle cracking thing. Can't you take a hint? Won't you at least give me a second chance? Oh, really? Fine. Be that way. There are other fish in the sea. Yeah, but even fish have standards. Apropos fish. Wir haben ja immer noch den Fisch. Some party, man. Some party. Try the fish? Yeah. Almost choked on the bone. Hear the one about that. Pull the bear with it. Hinrennen auf Fett. Ach, man. Das ist doch... Das ist doch... Ja, dann wissen wir uns noch was. Geht's nicht auch hier lang? Oh, wie... Maybe while I'm in the woods I'll ditch this stupid costume. Wir machen erst mal den Fischklatsch. Jetzt wird es ja langsam tricky hier. Tricky. Jetzt werden wir auf jeden Fall den Fisch. Fat Island. Und hier zu dem Blödwanderer. Was machen wir denn da? Und ich glaube das Paddel, was da hinten bei ihr an der Wand hing, das brauchen wir irgendwann auch. Nice. Ja, super nice. So, hier, du Mädchen, was hast du denn gefangen? Guck mal hier. Was habe ich gefangen? Was gekocht hat. Das ist das größte... Das... Das... Das ist fast so groß wie ein Leviathan, den ich gerade in geholt habe. Wirklich? Woher ist dieser Leviathan? Ich glaube, du leidest. Ja, du bist richtig. Es war nur eine Fisch-Storie. Ich glaube, du wirst gewinnen. Hier, zieh den Polen. Hier ist ein Modell-Lighthouse-Lens drin. Huch! Sch... 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 Haha, abgestaubt. Ich wusste doch, da war noch irgendwas mit dem... Leuchtturm. Dann, äh... Hmm... Where do you want to go? Oder musste man das Buch angeln? Moment. Ich bin mir gerade gar nicht so sicher. Was musste man denn mit der Angeln machen? Oder die Karte, dass man die Angelschnur... Die Karte an die Angelschnur macht, dann an dem Hund vorbeigeht und dann... Macht keinen Sinn, ne? Wir sind ja bei Monkey Island. Monkey Island 2, um genau zu sein. Aber da, äh... Sollte man nichts unversucht lassen. Hat man ja mit dem, äh... Mit dem Eimer auf der Tür gesehen. Ja, komm jetzt hier. Ach! Die abstrusesten, äh... Ideen. Natürlich, Ideen. Ich hab einen da vorbeigehen. Ein weiterbring. Ich versuche erstmal, das Büchlein zu angeln. Der Typ guckt immer noch nach dem Feuer in der Küche. Ich glaube nicht, dass es geht, aber... Ich glaube nicht, dass es geht, aber... Einfreiheit weiterfielen! Ahhhh, ok, dann, äh, müssen wir erst mal nach Good Island zurück. Vielleicht ja,ist die Maya Filme? Oh, man öffentlich. Das bringt die jetzt, glaube ich, nichts. Dass man das nicht überspringen kann. Where do you want to go? Where do you want to go, man? So, hier mal reinkommen. Vielleicht daneben. How much will you give me for this plaque? I'm not interested. Shut it. What do you mean? It's worth a mint. Or a lump of pus on a shingle? That's not just any lump of pus. Oh, yeah? What's so special about it? The spit of the person who killed LeChuck is on it. Really? That would make it very valuable. And I do like bronze anyway. I'll give you 6,000 pieces of eight for it. Oh, God. Ha, ha, ha. Okay. Wie viel kostet noch mal die Karte? I'd like to buy this map piece. That's 6,000,000 pieces of eight. Do you want it? I can't afford that much. Too bad. Then, uh... He likes it where it is. I'd like to buy Indy's whip. Yeah, I like that too. But it's not for sale. I'd like to buy this sign. Sorry, that sign's not for sale. Oh. Well, uh... I guess I could sell it. That'll be five pieces of eight. Okay. Okay, I'll take it. Thank you. So. So. Ja, jetzt haben wir erstmal ein Spiegel, ne? Prima. Was könnte man denn noch... Dun, 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 dun. Was denn mit der Kanonen... Das waren auch bloß Ausstellungsstücke, ne? Ach, jetzt, ja. Jetzt komm ich ja gar nicht mehr klar mit der Störung. I'd like to buy these cannonballs. I just keep those here because they're cool. Check out these balls. Check out these balls. They're made of a fine iron cast. Check out these balls. So. Lass mal überlegen, was gibt's denn noch? Hier gibt's nichts. Mit Stan könnte man noch irgendwas machen. oder wir versuchen noch mal ich glaube da muss man etwas draufstellen oder wo ist der stock her also der ist aus dem knast prove to me that you guys are at least as fun as a pack of llamas das war an dem baum eigentlich da brauchten wir noch ich glaube es war das paddel dass wir da hinten bei gesehen haben vielleicht brauchen wir auch noch irgendwas von von escape island und 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 Hm, du kennst. Ah, da, 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 da. Nein. Vielleicht war ich nicht genug, das letzte Mal. Hast du vielleicht mal einen roten Pullover? Ich kann den nur noch finden. Das ist ein Schreiber. Du hast mein Schreiber? Ich kann es nicht mehr finden. Sorry, Threep. Ich spiele diese Spiele nicht mehr. Ich werde dich zurück, wenn es das letzte Mal passiert. Du hast es noch warm. Oh. Ich würde das Fenster aus dem Fenster zu tun, zu zeigen meine Liebe. Das ist nicht das beste was du gesagt hast. Das ist ein Schreiber. Das ist ein Schreiber. Das ist ein Schreiber. Das ist ein Schreiber. Ah, ha ha. Oh, Geibrush. Ich weiß, ich sollte nichts mit dir tun. Aber es ist etwas über deine Weakness und Ineptitude, dass ich inflecht bin. Das bedeutet, dass ich mich auf die Map habe? Die Map? Das ist das, was das alles ist? Ich sollte es wissen besser. Wenn die Map ist alles, was du interessierst. Hey, 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 hey. Du wirst besser raus und es holen. Schnell, schnell, schnell. Wo ist denn hin? Ah, aber das war ja schon mal eine gute Sache. Wie der Mütter? Wo hast du das Kostüm bekommen? Ah. What the? What the? Hey. What the? Vielleicht kann man die jetzt anziehen. Ah. Hey, that's a good idea. Hey. Hey. Haha. Haha. Moment, das machen wir noch. Well, shoot. Shoot. Okay, die Karte, die besorgen wir uns noch in diesem Teil. Und dann war das eigentlich, glaube ich, mal ein relativ erfolgreicher Teil. Klippe. Ja, das ist hin. Dann haben wir nämlich auf die Party gekommen erst mal. Haben den Spuck gewettbewerb. Und 6.000 Goldstücke wird diese dämlich kleine Plakette da bekommen. Ähm. Ah, aber jetzt. Oh yeah. Unser erstes Stück Karte. Von Fion. Fucks. Fucks. Ah. Da können wir wahrscheinlich nicht hoch, wa? Ach, wenn ich... Ja, wenn man sich einer Sache zu sicher ist, dann wird man meistens bestraft, wie wir gerade sehen. Das ist bestimmt da oben. Das heißt, wir müssen erst zu Elaine und dieses komische Paddel holen. Aber das machen wir dann im nächsten Teil. Schade. Okay, vielleicht habe ich zu viel versprochen mit der Karte. Das seht ihr aber definitiv im nächsten Teil. Denn hier machen wir erstmal Schluss. Und nachher, also nachher war ich schon, beim nächsten Mal, im Teil 8, äh, finden, also kriegen wir dann bestimmt die Karte in unsere Hände. Ich hoffe es mal. Dann müssen wir irgendwie Elaine bequatschen, dass wir jetzt das Paddel bekommen. Dann müssen wir versprechen wahrscheinlich, dass es dann keiner mit dem Paddel gibt. Ja. Aber das machen wir alles im nächsten Teil. Jetzt erstmal erholt euch von diesem aufregenden Teil. Ich mache es auch. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit hier bei Games ohne Gerstensaft, Monkey Island 2, LeChucks Revenge in der Special Edition für die Xbox 360. Wir sehen uns im nächsten Teil, wie gesagt, im Teil 8. Bis dahin macht's gut, viel Spaß hier auf dem Kanal und sonst im Internet. Und haut rein!